Hallo YouTube, wir sind heute hier zusammengekommen, um uns ein wenig über das beste Thema der Welt zu unterhalten und das ist Rollenspiel. Ja, ich meine, Ben, wenn ich dich jetzt frage, ist das ja fast schon Déjà-vu. Ich habe dich ja schon mal genau die gleiche Sache gefragt, wie lange du angefangen hast. Erinnere mich, ja. Aber Fanboy. Wenn du so schön zufällig treffen, erzähle ich es gerne nochmal. Was gab es ansonsten in den 80ern außer Kalten Krieg und die DDR? Rollenspiel. Und was man dann aber auch sieht, ist, dann fragen sie halt, ja, wie fange ich denn an, was mache ich? Und dann gibt es natürlich drei Millionen Vorschläge, insbesondere beginnt dann immer der gute alte Systemkrieg, bei dem jeder das eigene System als es möglichst möglich vorstellt.